So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Noch ein bisschen erkältet, Stimme ist noch weg. Ich möchte heute dieses Geburtstagsvideo machen, denn wir wollen dieses Jahr wieder Geburtstag feiern. In Meiningen wieder Freitag, Samstag, Sonntag so irgendwie. Also zwei Übernachtungen mit ganz vielen Leuten, die da kommen wollen. Mit draußen schlafen, mit Zelt, mit Bivakieren, mit Säcken, mit Werra, mit Wasser, mit ganz viel Spaß, mit Gucken, wo man hinscheißen kann. Das ist immer das Wichtigste. Und ich möchte euch mal die alte Location zeigen vom letzten Jahr. Ich möchte euch dann eine Ausweich, neue Location zeigen. Jetzt sollt ihr mal entscheiden, was interessanter aussieht, was vernünftiger ist. Denn letzte Location letztes Jahr hatte viele positive Stimmen. Es gab auch zwei, drei Sachen, die die Leute nicht so toll fanden. Thomas hat sich da immer sehr unsicher gefühlt, dass er ausgeraubt wird. Aber das lag ja an den anderen Geburtstagsgästen. Wenn da nur Kriminelle kommen, ist das ja klar. Letztes Mal war es so, hier ist ein Bahnhof. Das ist der Bahnhof, da konnten alle anreisen, da habe ich alle abgeholt. Hier ist auch ein Dönermann. Wenn man mal Hunger hat und auf den Rest warten konnte, genau gegenüber geht es hier direkt zum Englischen Garten. Da laufen wir jetzt mal durch. So, hier läuft man jetzt rein zum Englischen Garten. Da war letztes Jahr dann auch irgendwie so ein komisches Festival gleichzeitig an dem Geburtstagswochenende. Das hat richtig gut gepasst, denn es war so laut hier drin. So viele Leute da, Musik und Securities, Polizei. Das heißt, wir sind gar nicht aufgefallen, dass wir außenrum unsere eigene Party gefeiert haben. So, Englischer Garten heißt, ihr kommt da oben vom Bahnhof angelaufen und konntet kerzengerade durchlaufen. Dort wieder raus und dann war ihr schon fast an der Geburtstagslocation. Hier mittendrin ist auch so ein riesengroßer See, Teich, wie auch immer. Da sind Schwäne drin, da sind Enten drin, da sind Tauben. Also nicht im Teich, aber laufen drumherum. Baby, Enten, alles andere. Ist auf jeden Fall richtig chillig, richtig entspannt. Muss man sich eigentlich angucken. Hier steht eine Dose Thunfisch, die stand letztes Jahr noch nicht da, aber das ist okay. So, wenn du es dann geschafft hast, den Englischen Garten endlich zu verlassen, dann kannst du hier drüber laufen und kommst direkt zum Volkshausparkplatz. Der ist nämlich hier über diese Brücke. Und das ist auch der Parkplatz, wo die Leute mit Autos parken konnten, die mit Autos zur Party gekommen sind. Also ihr habt auch Parkplätze direkt an der Location gehabt. Das hat auf jeden Fall gepasst. So, hier laufen wir jetzt über die Brücke. Als es damals geregnet hat, da drüben ist der Volkshausparkplatz, als es geregnet hat, sind wir unter diese Brücke gegangen, haben da den zweiten Tag dann, also den zweiten Abend verbracht. Da gab es auch die Geburtstagstorte. Man war auch vom Regen geschützt, man hatte ein Dach über dem Kopf, die Nacht unter der Brücke. War auch nicht so kalt wie die erste Nacht, direkt am Ufer. So, hier ist der Parkplatz am Volkshaus. Nochmal, hier war auf jeden Fall genügend Platz. Wir haben uns bis ans Ende gestellt. Da waren auch Campingwagen, genau, Wohnwegen und alles. Und ich werde euch jetzt mal kurz hier runternehmen unter die Brücke, damit ihr seht, wie das da aussah. Als es damals geregnet hat, haben wir also alle Sachen hierher getragen unter diese Brücke. Man hat sich hier an der Wand niedergelassen, Schlafsäcke ausgepackt, hier dann auch gepennt. Alle waren hier quer verstreut. Und ihr seht, dieser Scheißboden, der war halt total matschig, der war total schleimig. Der Pierre hat hier drin gelegen, wie ein Schwein. Das war richtig genial. Ich hoffe, es wird vorher noch gemäht. Denn das ist alles hoch- und umkraut. Zum Geburtstag war das alles eine ebene Fläche. Das sah richtig frisch und saftig aus. Und jetzt, ja, es sind hier halt ein paar Brennnesseln und Disteln, aber im Endeffekt legst du da was hin, legst dich drauf, dann ist es unter dir, dann interessiert sich auch nicht mehr. So, das ist das Ende vom Parkplatz gewesen. Hier waren die ganz großen Autos. Und wenn man hier steht, am Ende vom Parkplatz, und nach dort rüber guckt, sieht man sogar schon eine Fahne vom Tegu. Das heißt, dort ist Tegu. Da konnte man hin, wenn man nochmal was Besonderes essen, trinken wollte, ein Brötchen vom Bäcker, Frühstück machen wollte, sich einen Kaffee holen. Auch in greifbarer Nähe direkt Tegut. Und hier runter ist jetzt also die Location. Nochmal hin und dann gucken wir kurz zum Tegut. So, hier ist Wasser. Das war perfekt, weil ich gesagt habe, ich brauche Wasser, was ein bisschen klar ist, wo man auch was sieht. Wir haben dann die Bierkästen alle runtergetragen, haben sie da rüber, ungefähr in die Ecke, haben die alle ins Wasser gestellt. Das waren gleichzeitig unsere Sitzplätze. Und das hat gepasst. Du saßt in der Sonne, du konntest dich ins Wasser reinlegen. Es war entspannt, es war herrlich. Und später, als die Sonne weggezogen ist, sind wir weiter hochgewandert und sind ans andere Ufer. Das zeige ich euch aber gleich noch, weil dort drüben haben wir dann auch übernachtet. Und das war auch perfekt, denn man hatte seine Ruhe. So, sieht man von hier jetzt nicht. Hier ist das Wasser dann ein bisschen tiefer. Und dort sind wir hochgegangen. Und da ist wie ein Uferbett, wo wir uns dann hingelegt haben mit Schlafsäcken. Wir konnten sogar Pizza hierher liefern lassen. In einem Abend wurde Pizza bestellt, vom Olympus, vom Bahnhof aus. Und danke nochmal, gerade an dem zweiten Tag, wo es irgendwie nochmal Pizza gab, aber die das in der Stadt geholt haben. Hier war es auf jeden Fall chillig. Hier kamen dann Kanus ins Wasser rein. Und hier konnte man sich nochmal richtig niederlassen gegen Ende. Da drüben hast du geschlafen. Direkt mit dem Wasser davor war es halt ein bisschen kühl. Was auch noch cool ist, ist das hier. Denn hier hast du extra noch ein Steg gehabt. Da haben auch eine kleine Gruppe sich gebildet, die sich hier auf den Steg gesetzt haben, die Beine ins Wasser gehangen haben. Wir Leute beobachtet haben, die haben auch alle immer ihre Runde hier vorbeigeführt und ins Wasser reingelassen. Das war auf jeden Fall cool. Und wenn man von hier guckt, da vorne ist die Brücke, da ist der Tegut, da ist der Parkplatz. Findet man auf jeden Fall gut, gerade wenn du auch jemandem sagst, wir sind hier da. Der kommt vom Bahnhof aus, findet den Weg ganz gut alleine. So, wir laufen jetzt hier zum Tegut vor, denn ihr könnt zwar den ganzen Weg zurücklaufen über den Volkshausparkplatz und da rüber. Ihr könnt auch quer über die Wiese laufen oder ihr lauft einfach da, wo der Steg war. Diesen Weg. Hier ist eine extra Straße, weil hier ist nochmal so ein Bauhof und da ist eine Brauerei gewesen. Und dann könnt ihr diesen Weg vorlaufen zum Tegut. Hier habt ihr ja auch diese ganzen verschiedenen Untergründe, die alle ein extra Schild haben, dass ihr genau wisst, was was ist. Das könnt ihr euch dann holen, wenn ihr selber bei euch im Hof mal irgendwie Weg machen wollt, könnt ihr hier einkaufen beim Bauhof. Dieses Video ist nicht gesponsert, aber finde ich cool. So macht man darauf aufmerksam, wenn man einfach vor seinem Laden den ganzen Weg anders gestaltet. So, und damit ihr mir auch glaubt, hier ist also der Tegut am Ende von der Straße trotzdem gut zu Fuß erreichbar. Hier oben ist die Tegut-Tüte. Wir gehen mal kurz da rein. Das zeigen wir euch nicht, denn es geht ja auch noch um die Toiletten. Das ist wichtig. Gut, nochmal zur Verdeutlichung. Im Tegut habt ihr natürlich hier auch einen Bäcker, wo ihr euch auch reinsetzen könnt. Könnt ihr in Ruhe hier Frühstück machen. Für die Kaffeemenschen, ja. Wenn ihr Kaffeemenschen seid, müsst ihr Frühstück machen und Kaffee trinken. Das ist ja wichtig. Aber ich glaube, es gibt wahrscheinlich überall Bäcker in jedem Laden, also ist auch nichts Besonderes. Was machst du da? Was machst du da? Hallo? Bibi? Hey, mein Bindel. Mein Bindel. Das gibt eine Anzeige. So, wir sind jetzt vom Tegut aus wieder hier zurückgelaufen zu unserem Steg. Weil, ich möchte euch ja zeigen, was passiert denn, wenn ihr früh aufsteht und ihr müsst mal auf die Toilette. Also die Männer und die Frauen, die pingeln sich in die Hose, wenn ihr im Wasser seid. Das ist ja kein Problem. Was, wenn es was Größeres ist? Was ist, wenn es expandiert? Wir sind damals, als wir im Wasser waren, einfach am anderen Ufer, dort Richtung dem Schloss. Dem Schloss. Da sind wir hingelaufen. Wenn ihr jetzt aber hier seid und euch nicht nass machen wollt, dann könnt ihr auch hier diesen Fahrradweg einfach hinlaufen. Dort geht es über eine Brücke und da ist auch das Schloss. Also auch eine öffentliche Toilette ist in der Nähe. Hier gibt es jetzt auch Wegweiser, damit ihr auch nicht zu weit lauft. Da steht auch drauf, WC, Marschstall, Museen, Archive, alles, Schloss Elisabettenburg. Und da habt ihr direkt dann diese Bogenbrücke, wo ihr drüber lauft und am Ende schon die Toilette seht. So, weil es hier so romantisch ist und hier überall Schlösser hängen, war damals sogar angedacht, dass wir hier uns ans Ufer setzen, hier ins Wasser reingehen und hier unter der Brücke schlafen können. Aber die ist natürlich deutlich schmaler, deutlich offener und hier sehen dich halt dann auch mehr Leute. Du bist viel präsenter, als wenn du irgendwo am anderen Ende des Ufers rumvegetierst und trotzdem irgendwie geschützt bist. So, das ist das Schöne, egal wo ihr hinlauft, die sind überall Gänse oder wie das heißt, Grüße an Natururin. Wir wollen jetzt aber davor, da rein in den Innenhof, da ist die Toilette. So, bevor du jetzt hier reingehst und die Ecke ins Schloss, in den Innenhof, hast du direkt hier gegenüber einen Frauenarzt, den werdet ihr vielleicht nicht brauchen am Wochenende, aber hier ist auch noch ein richtig guter Italiener, wo man sich mal schnell ein Eis holen kann für zwischendurch und hier haben wir schon so oft Pizza gegessen, gerade wenn Community Day war, Silvio war da, Reike war da, der Rest war da, sind wir hier dann nach dem C-Day manchmal hin und haben hier Pizza gegessen, das war auch mega lecker, also auch, wenn jemand sowas möchte, mal sich irgendwo reinsetzen, wäre auch möglich, auf jeden Fall. So, das ist der Eingang hier, Schloss Elisabethburg, seht ihr schon, sieht gut aus. So, von da sind wir gekommen, ihr seht, das ist riesengroß, so ein Innenhof, da habt ihr einen richtig schönen Brunnen nochmal zum Abkühlen, könnt ihr euch hier Wasser an die Stirn und so machen und da drüben ist die Toilette. So, wenn ihr jetzt hier vor der Toilette steht, habt ihr auch Öffnungszeiten dran, Mai bis September, 8 Uhr bis 22 Uhr, Sonn- und Feiertage, ab 9 Uhr geöffnet, wer vorher muss, der muss halt warten, ihr habt keine Ahnung, bei uns hat es gepasst, wir haben in der Stadt aber noch ein zweites Ding gefunden, eine zweite Toilette, die wäre auch alternativ möglich, durch den Park, nicht auf die Ecke, sondern auf die andere, findest du noch eine. So, wir sind bei der zweiten Toilette, wenn ihr hier, also das ist eigentlich, hier gehst du zum Markt, auf den Markt, also wie heißt, wenn ihr beim Park drüben rausgeht, ihr könnt auch einfach hier zum Markt laufen und komplett Weininger-Innenstadt mal erkunden, das wäre auch möglich, das sind auch noch diverse Dönerläden und alles dabei, aber normalerweise kommt ihr da vorne aus dem Englischen Garten raus, geht rüber zum Volkshaus, wenn ihr hier vorlauft, habt ihr hier nochmal einen schönen Brunnen, den Gänsemänchenbrunnen, das ist das Gänsemännchen, weil der hat zwei fette Gänse, die beide hier Wasser und dort ist ein Klohäuschen, da war ich, als die andere Toilette noch zu war, sind wir mit der Bo, hierher gewandert, weil der über Google Maps ein Klo gesucht hat, mal gucken, wie da die Öffnungszeiten sind, so hier habt ihr also auch eine Toilette, eine öffentliche und da habt ihr wahrscheinlich genau die selben Öffnungszeiten, 8 bis 22 Uhr und dann hier Sonnenfeiertag ab 9 Uhr geöffnet, das passt und da kannst du rein und hier geht's hin da wieder Richtung dem Volkshausparkplatz auf der anderen Seite vom Schloss rum, weil ihr wart dort und seid so dort rum, Schloss und dann hier rum und hier ist wieder eins und dort, das heißt, wer von dort kommt, könnte hierher laufen oder dahin laufen, das müsste ungefähr so passen, wir können ja den Weg nochmal ablaufen, dann weiß ich es ganz genau und gehen jetzt in die zweite Location, Moment, Übergang, wir gehen jetzt in die zweite Location, in die neue Location, oh mein Gott, so, wir sind jetzt hier angekommen, so, wir sind jetzt hier angekommen in der zweiten Location, wir sind auf dem Parkplatz, wie ihr seht, gibt es also hier einen Parkplatz, Kundenparkplatz, eine Stunde, das ist eigentlich schon Nachteil, weil bei dem Volkshausparkplatz kannst du halt den ganzen Tag stehen, das ganze Wochenende stehen, hier eine Stunde, das ist halt der Pennyparkplatz, dann, Nachteil, ich habe mal kurz hier aufgelistet, und wenn wir vom Bahnhof aus zum Volkshaus laufen, sind das 600 Meter, 9 Minuten ungefähr, hier hin, wären es 1,7 Kilometer, 23 Minuten oder 24 Minuten, je nachdem, wie schnell ihr lauft, da ist Pupsi, da ist jetzt hier der Penny, das wäre statt Tegut Penny, wo du rein kannst, kannst du dir da was zu Naschen holen, kannst du dir Bierchen vielleicht holen, kannst du dir essen, trinken, alles, dich versorgen, wir gehen mal kurz rein, da möchte ich euch nämlich was zeigen, es steht jetzt schon fest, das hier muss die Geburtstagslocation sein, dann guckt mal, was wir gerade entdeckt haben, direkt beim Reingehen, hier gibt es Apfelradler, Radler mag ich ja nicht, naturtrübes Radler mag ich ja, Apfelradler kenne ich gar nicht, und das ist naturtrübes Apfelradler, das heißt, das, kommst du rein, nimmst du mit, gehst du raus, bist du da, ist bestens gesorgt, und wenn ihr denkt, das ist genial, schaut mal hinter mich, guckt euch an, Turmbräu, Bananenweizen, die Dosen habe ich letztens mal entdeckt, habt ihr probiert, ich habe noch nie so ein geniales Weizen in der Dose gehabt, wie das von Turmbräu, weil das Bananenweizen ist, in der Dose, das ist so genial, das schmeckt so gut, Pupsi hat sich jetzt gleich 10 Tonnen mitgenommen, das heißt, es ist beim Geburtstag nichts mehr übrig, wenn wir jetzt schon alles mitnehmen, nein, aber das wäre doch cool, wenn das hier Location wäre, direkt einen Penny daneben, und hast hier solche Schmangal im Angebot, ob die dann noch da sind, weiß ich nicht, aber wir nehmen uns auf jeden Fall noch ein paar mit, So, weil es so warm ist, gibt es jetzt erst mal den Lipton Sparkling Eistee Zitrone, und das besondere Schmangal ist gleich nebenan, das muss ich euch jetzt auch noch zeigen, da ist der Parkplatz, da ist der Penny, und direkt neben Penny ist ein riesengroßer Sackgasser, also Getränkehandel, Getränkemarkt, das heißt, wenn ihr sagt, ihr habt dorst auf Bieren, wollt mal ein Bier, was ihr gar nicht kennt, hier gibt es alles, alles komplett, ihr habt so eine riesen Auswahl an speziellen Bieren, es gibt alles, außer Astra Rotlicht, das gibt es nicht, das haben wir nämlich letztens gesucht, und wenn ihr dann hier weiterlauft, seht ihr schon, da oben ist so, sind so Holzbänke, Holztische, Schadig im grünen Kutz, da sitzen aber immer so viele Leute und trinken Bier, so wie ihr, aber darum geht es nicht, denn die Location ist was anderes, und jetzt sehe ich gerade, Tag gegenüber ist sogar noch mal eine Norma, das heißt, ihr habt hier Norma auf einem Fleck, ihr habt Penny auf einem Fleck, und ihr habt Sackgasser auf einem Fleck, also viel mehr Einkaufsmöglichkeiten, viel mehr Abwechslung, als wir es in der alten Location hätten, und so, wenn wir von dort angelaufen kommen, und hier drüben die Norma sehen, haben wir genau hier vorne, eine Brücke, und weil ich total bekloppt bin, sage ich, das ist die Location für dieses Jahr, direkt eine Brücke, ja, nicht erst dann, unter Schlupf suchen, falls es nass wird, sondern direkt schon mal eine Brücke sich suchen, und dann mitten an der Hauptstraße, so viel befahren, bei so vielen Autos, dass es so laut ist, und es gar nicht auffällt, wenn wir da sind, aber um da einzutunken, müssen wir jetzt erst mal die Seite wechseln, darüber gehen, damit ihr seht, wie es da unten aussieht, so, wenn ihr jetzt von da drüben reingelaufen kommen, habt ihr hier sogar eine Bushaltestelle, falls Natururin vorhat, in der Bushaltestelle zu schlafen, und, ja, hier ist jetzt wieder Gras, aber vielleicht haben wir ja Glück, und das wird auch noch gemäht, dann habt ihr nämlich eine riesen Wiese, eine riesen Fläche, wo man sich niederlassen kann, und hat hier eben eine Brücke, unter der man dann schlafen kann, mit dort ganz viel Wasser, was ein bisschen wild gerade aussieht, vielleicht ein bisschen tiefer ist, aber vielleicht mehr Abkühlung verspricht, ich hüpfe mal kurz runter, Moment, wenn ihr jetzt hier unten angekommen bin, unter der Brücke, muss ich sagen, hier ist es auf jeden Fall schattig, ich finde eigentlich, unter dieser Brücke sieht es schöner aus, als unter der anderen Brücke, mir gefällt sogar dieser Boden besser, guckt euch mal den Boden an, das ist ein schöner Boden, die Brücke ist schön weit, ist schön, weiß ich nicht, sieht gut aus, gefällt mir, jetzt gehen wir mal da vorne aber um die Ecke, da ist alles Wiese, kannst du dich breit machen, hier ist ein schöner Sand, Sand für die Füße, hier kannst du dich hinsetzen, und hier kannst du theoretisch runter ins Wasser, du kannst im Wasser sitzen, im Schatten, du kannst im Wasser sitzen, in der Sonne, du kannst dahinter, was aussieht wie eine Toilette, und irgendwie sieht dich hier hinten trotzdem niemand, ich würde darauf wetten, bei der Hundewiese laufen so viele Leute vorbei, jeder sieht dich, wenn da oben jemand vorbeifährt mit dem Auto, das kriegt keiner mit, dass wir hier unten sind, die, die da oben sind, hören uns nicht, weil es alles so laut ist, trotzdem könnt ihr hier rein, könnt euer Bier kühlstellen, ihr könnt ein Stück davor laufen, ihr könnt ein Stück dahinter laufen, ihr habt hier Entspannung, ihr habt hier Wasser, es ist chillig, sieht gut aus, das ist auch klar, man kann da richtig reingucken, und man hat direkt daneben auch sein Nachtlager, wo man sich niederlassen kann, also so schlecht finde ich es gar nicht hier, vielleicht fühlt sich der Thomas hier auch sicherer, weil wenn er hier ist, nicht die ganzen Leute vorbeilaufen, weil man ist ja hier geschützt irgendwie, jetzt gehen wir nochmal auf die andere Seite, wir können ja mal da hinten noch ein Stück rauslaufen, und euch das noch zeigen, so das ist jetzt die andere Seite von der Brücke, und das heißt, ihr müsstet nicht mal, also wenn ihr im Penny was holt, am Essen trinken, ihr müsstet nicht mal über die Straße, ihr könnt auch hier auf der Seite direkt runter gehen, und könnt hier zur Brücke kommen, und zum Wasser, und hier habt ihr noch so einen fetten Graben, mit richtig Plörre drin, hier habt ihr einen komischen weichen Boden, der sich auch irgendwie bewegt, sieht aus, als würden wir gerade Kuchen backen, da drüben ist nochmal wie ein Steg, sogar hier gibt es einen Steg, mit zwei steilen Treppen nach oben, da vorne ist ein Wasserfall, komplett, ich weiß nicht wie tief das ist, da ist so eine Wasserwehr oder irgendwas, und wenn du da langläufst, in die Richtung, du kannst dort drüben raus, dort durchlaufen, da müsste eine öffentliche Toilette kommen, ein Stück weiter ist sogar noch Kaufland, mit einem Bäcker, mit einem Fleischer, mit einem Asia-Laden drin, mit allem möglichen Zeug, also nochmal viel mehr geboten auch, mit einem Philips in der Nähe, in einem Laden, wo noch nie jemand war, da laufen wir aber jetzt mal lang, aber erstmal gehen wir hoch auf die Brücke, und suchen Pupsi, auf der Brücke, ihr seht, da geht es ewig weit hinter, ewig weit die Wiese lang, bis zu der anderen Brücke da hinten, hier nochmal die Draufsicht, da von dieser Werft, mit Schiffskatapultieranlagen wahrscheinlich nicht, aber egal, wir laufen jetzt mal hier vorne rechts rum, da müsst ihr gleich einen Weg reingehen, wo es zur Toilette geht, so da ist die Hauptstraße, hier lauft ihr rein, und hier lauft ihr dann weiter, auch gemütlich Weg, sicher, im Schatten, zu den Toiletten, so wenn ihr den Weg lang lauft, kommt ihr natürlich auch hier vorbei, wie gesagt habe, hier sind die Treppen und der Steg, wo ihr euch auch hier hinsetzen könnt, die Beine reinhängen könnt, wir gehen mal kurz runter, und jetzt sind wir unten angekommen, ihr seht, hier strömt das Wasser vorbei, ihr könnt trotzdem bis auf den Boden schauen, da sehe ich schon einen Kronkorken, hier könntet ihr euch auch mal hinsetzen, niederlassen, husten, ja und da drin wärt ihr, und das ist eigentlich die Location, das ist die Ecke, wo man vielleicht den Geburtstag machen können, jetzt müssen wir aber wieder hoch, wir wollen jetzt zur Toilette, so hinter mir habt ihr jetzt eine wasserwirtschaftliche Anlage, steht hier, betreten verboten, sieht gut aus, da Wasser, da Wasserfall, und da hinten an der Ecke, könnt ihr, wenn ihr beim Penny, neben dem Penny entlang, diesen kleinen Weglauf, kommt ihr da hinten hin, was auch richtig cool aussieht, das habe ich euch aber auch schon mal in einem anderen Video gezeigt, vielleicht können wir auf dem Rückweg, euch zum Abschluss da hinten das Ding auch nochmal zeigen, aber jetzt weiter zur Toilette, so jetzt habe ich gerade noch was geniales aus der Regie erfahren, Pupsi hat mir was verraten, aber erst mal, dort war jetzt hier die Werft, also die wirtschaftliche Anlage, ist ein Stück hier hin, und wisst ihr was das ist, der Parkplatz bei der Großmutter Wiesen, und der ist kostenlos und unbegrenzt, das sind zwar ein paar für Wohnungen, aber der Rest, dieses Gebiet hier, da drüben stehen ja auch Camping, Wägen, da stehen große Autos, kleine Autos, alles, also hier kann man auch parken, das heißt, selbst wenn man zum Penny fährt, um was abzuladen, Leute auszuladen, und dann sich hier herstellt zum Parken, muss man ja auch nur nach dort laufen, man sieht jetzt ja schon das Schild, Norma, dort ist die Location, hier ist ein öffentlicher Parkplatz, kostenlos, der passt, und wenn ich mich nochmal drehe, und da rüber schaue, ist am Ende von dem Parkplatz dort, sehe ich schon das Gebäude Philips, wo neben das Kaufland ist, und gegenüber dazwischen, eben die Toilette ist, das heißt, es ist auch alles in der Nähe, denn von der Toilette aus, kann man auch schon das Norma Schild sehen, also Toilette, Norma, alles mögliche, was ist denn das? Das ist leer, das ist leer, was ist das? Das ist leer, und was macht es? Leer sein, genau, kennt ihr Rambo? Blaues Licht, jetzt neu, also wir laufen jetzt davor, da kommt jetzt das Toilettenhäuschen, und hier ist nochmal eine Spielhalle drin, das ist auch interessant, so, und ich muss mich schon wieder korrigieren, wir sind eher da als gedacht, da sind wir reingelaufen zum Parkplatz, da wollten wir hin, weil da das Ende ist, hier, ist aber schon die Treppe, weil hier schon das Klohäuschen ist, das heißt, das heißt, ihr geht hier hoch und habt hier, WC, okay, da stehen nicht mehr Öffnungszeiten dran, ich hoffe, das ist auf, ja, das ist auf, keine Öffnungszeiten, jetzt lasst das mal rund um die Uhr geöffnet sein, WC Frauen, Hallo, keiner da, gut, hier stehen doch Öffnungszeiten, 8 bis 22 Uhr, und hier am Wochenende, 9 Uhr, das passt doch, wenn ihr jetzt seid ihr hier wieder auf der Hauptstraße, und habt es von hier aus, bis dort, wo die Norma ist, auch nicht weiter, wie bei der alten Location, bis zum Schloss Elisabettenburg, wo auch eine Toilette war, vielleicht ist es sogar noch ein Stück kürzer, wir laufen jetzt aber wieder hier runter, weil ich will euch jetzt zeigen, was dann eben doch in der Umgebung ist, wenn ihr noch ein kleines Stück nach da geht, hui, ah, so, und wenn ihr den Parkplatz da verlasst, habt ihr hier schon den Philips, Philips ist, wie Sandra sagen würde, ein Ramschladen, also man kann es vergleichen mit Teddy, da gibt es halt wirklich gefühlt alles, da finde ich auch immer neue Getränke, ich habe schon Chili-Soßen da rausgezogen, die waren auch richtig genial, also wer da mal reingucken will, kann sich auch austoben, umschauen, gibt es eigentlich auch immer was zu sehen, wenn da der Philips ist, habt ihr hier daneben gleich die Kleintierpraxis Gröschner, da hole ich immer die Tabletten für den Adi, für sein Herz, für sein Entwässerungstabletten, und Herzmuskelstärkung, sind eigentlich immer sehr nett, also wenn jemand krank wird, sich verletzt, können wir euch hier herzerren, können sie euch nähen, operieren, kastrieren, alles, so neben Philips und Kleintierpraxis, habt ihr hier sogar noch den nächsten Getränkefachmarkt vom Peda, hier könnt ihr Jackass spielen, jetzt nämlich so eine Rampe, da kann der Timo mit dem Auto hoch, und kann dann hier so einen Überschlag machen, das ist richtig genial, gegenüber vom Peda habt ihr eine 24-Stunden-Tankstelle, wo ihr auch immer noch was holen könnt, oder es auch hier Essen gibt, Bockwurst und alles, 24 Stunden, gibt es auch eine Toilette natürlich, gegenüber von der Tange, beziehungsweise neben Peda, habt ihr den Sarai Grill, Servus, hier könnt ihr dann hin, wenn ihr sagt, ihr habt noch Hunger, wollt noch Pizza, Döner oder irgendwie, ist ja auch gleich um die Ecke, die wird bestimmt auch dahin liefern, an die Geburtstagslocation, das hat letztes Jahr auch funktioniert, da habt ihr einen anderen Döner Mann gewählt, der ist hier in der Nähe, wäre also auch eine Überlegung wert. Hier drüben habt ihr noch mal einen Kick, falls ihr noch einen neuen Schlüpfer braucht, daneben ist Jysk, falls ihr noch ein Kopfkissen braucht, für die Nacht, und das alles hier, zack, hinter dem Döner Mann, da gibt es Reifen, Pupsi hat immer Reifen, und da ist noch mal hier so eine Zoohandlung, wenn ihr noch Leckerlis braucht, wenn ihr mit dem Hund kommt, genau, so und da sind wir angekommen, da könnt ihr es nicht übersehen, Kaufland, ja, falls jemand immer noch was einkaufen muss, oder sagt, er hat noch nicht genug gesehen von der Umgebung, können am Ende hier noch mal hin, hier noch mal rein, habt noch mal viel mehr Auswahl, hier drüben habt ihr noch mal einen Imbiss, da habe ich so oft mir schon was mitgenommen, oder Pupsi hat sich was mitgenommen, immer sehr gute Pommes, richtige, wie gesagt, Käse, immer Schwimmbad Pommes, nicht weil die wässrig sind, aber weil die so schmecken, wie schön am Schwimmbad Imbiss, hier drin gibt es wie gesagt noch einen Asia-Shop, wo ihr halt Asia-Nudeln und so kaufen könnt, euch holen könnt, könnt euch weiterhin wieder versorgen, mit Bier, mit Bäcker, mit Fleischer, auch alles drin, ich kann ja kurz die Theken nochmal abfilmen, vielleicht findet ihr noch Gönnertschi, vielleicht findet ihr der Prime, Toiletten gibt es auch wieder hier, also, es ist eigentlich immer irgendwas in der Nähe, hier habt ihr jetzt also einen Bäcker auch drin, da könnt ihr immer Brötchen holen, Brot holen, hier habt ihr Kuchen, hier habt ihr immer belegte Sachen, Schnitzelbrötchen und alles, daneben habt ihr eine Fleischthiege, hier habe ich mir glaube ich noch nie was geholt, aber da ist eh schon Hamburger, hier gibt es alles im Glas, was euch jetzt vielleicht nicht anspricht, falls jemand aber grillen will, gibt es bestimmt noch irgendwo Bratwürste, ansonsten viel Schnittwurst und Wiener Würstchen, Salate, wir wissen ja eh noch nicht, was wir essen wollen, aber so ein Mettbrötchen für zwischendurch, gibt es bestimmt auch immer, hier haben wir dann den China-Imbiss, wo ihr hin können, könnt euch dann hier ein paar gebratene Nudeln mitnehmen, irgendwas, wenn ihr Bock habt, wenn ihr so die asiatischen Typen seid, hier ist noch ein Blumenladen, falls sich welche verlieben und sich gegenseitig beschenken wollen, und extra für den Silvio, wenn er nicht weiß, wo er seinen Kaffee hernehmen soll, gibt es auch am Ausgang immer einen Automat, hier, ein Euro Kaffee, fette Auswahl, guckt ihr das an, sogar mit Vanille-Geschmack, jetzt habe ich drauf gedrückt, da muss ich schnell raus, und da wie gesagt, Toiletten, nochmal, überall Toiletten, jetzt laufen wir zurück zum Auto, und zeigen euch nochmal kurz am Rand, was ich vorhin gemeint habe, was ihr schon wieder vergessen habt, und ich schwitze, ich schwitze, ich will gleich noch was zu trinken mitnehmen müssen, so, hier sind wir jetzt angekommen, das ist die Seite, die ich euch noch zeigen wollte, hier fließt das Wasser runter, hier ist so eine Mauer, hier sind so einzelne, wie Stufen, die da runtergehen, hier kann man sich auch hinsetzen, kann die Beine vielleicht reinhängen, kann das mal genießen, wenn man ein bisschen Ruhe braucht oder so, kann man sich hier ein bisschen abkapseln, und das ist genau hier, hinter der Norma, äh, hinter dem Penny meine ich, hier sieht man das Schild durch, da steht Penny, und hier am Rand kann man sitzen, da hat man nochmal ein bisschen Zeit für sich, wenn man mal in Gedanken ist, oder wenn man mal telefonieren will, das seht ihr hier auch entlang, das geht hier entlang bis ganz da vorne, so, das ist alles, das wollte ich euch noch zeigen, wenn ihr hier hinter dem Norma sagt, hinter dem Penny sagt, ihr müsst nochmal kurz wohin, könnt ihr einfach hier hinterlaufen, und habt hier nochmal so eine, kleine chillige Ecke, ob man da jetzt rein kann, rein soll, rein darf, weiß ich nicht, im Endeffekt ist dann unten eine Bärenfalle, und gräbt euch den Fuß ab, da ist, man muss dann an der Tour hin gucken, ob das funktioniert, hier sieht man da drüben diese Werft, wie ich gesagt habe, dieses Schiff ohne Katapult, so, ich war jetzt auch ein bisschen angespannt, denn da saßen zwei Typen direkt am Rand, und daneben lagen 20 leere Bierflaschen, und die haben mich nicht verstanden, ich wollte nur wissen, ob ich kurz mal das abfilmen kann, ohne dass man die sieht, da musste der eine dem anderen das erklären, und übersetzen, und haben beide einfach nur genickt, aber, ja, waren also ganz friedlich, Kammerlast, hier habe ich noch eine, bitteschön, bitteschön, wo ist jetzt hier meine, die Kamera läuft immer noch, das war jetzt gar nicht geplant, da sitzt er nämlich oben an dem Tisch, sitzt auch ein Mann, der sitzt dann immer an der Bushaltestelle, und trinkt Bier, ich sage immer zu Pupsi, da würde ich jetzt auch gerne sitzen, der ist bestimmt voll in Ordnung, jetzt haben wir ihn hier gesehen, ich habe dem vorhin, dieses Lipton Eistee, die Dose hin, ich habe gesagt, hier, das kann er abgeben, wenn er möchte, weil ich wollte ihn nicht die ganze Zeit mit rumschläppen, hat er sich bedankt, jetzt habe ich von Pupsi, hier diese eine leere Dose gehabt, habe ich mir nochmal kurz rumgedreht, habe gesagt, hier, die kann er auch noch haben, damit ich die leere Dose jetzt nicht ins Auto packen muss, hat er sich wieder bedankt, also korrekte Leute, guckt nicht immer nur aufs Äußere, zeigt nicht mit dem Finger auf die Menschen, geht auch immer hin, nehmt sie mal in den Armen, egal wie die riechen, oder aussehen, einfach mal Liebe, so, und wenn ihr jetzt sagt, die erste Location vom letzten Jahr, die war perfekt, dann schreibt es in die Kommentare, wenn ihr sagt, die zweite Location, da ist mehr Fett dran, dann schreibt es in die Kommentare, wenn ihr letztes Jahr dabei wart, und dieses Jahr auch dabei sein wollt, dann schreibt es in die Kommentare, dann kann ich euch nämlich, extra in eine Gruppe packen, wo wir den Rest besprechen, wann das ist, und wie das ist, und wo das genau, und wenn ihr letztes Jahr nicht dabei wart, aber dieses Jahr dabei sein wollt, dann macht es genauso, schreibt es in die Kommentare, und dann versuche ich euch ausfindig zu machen, oder schreibt mir halt privat, dann packe ich euch alle in so eine Geburtstagsgrube rein, und dann können wir das alles planen, wann, wie, wo, was, und warum überhaupt, Jonas Schatz, alles Gute, so, jetzt bin ich trotzdem noch mal ganz kurz zurück, mit einem Bonus-Take, mit einer Bonus-Location, denn Pupsi hat gesagt, nimm es doch trotzdem mal mit rein, Thomas hat die ganze Zeit gesagt, hier findet er es am besten, hier würde er sich am wohlsten fühlen, ne, möchte ich ganz kurz zeigen, wenn es eine dritte Auswahlmöglichkeit gibt, ich muss jetzt alles schlecht reden, wäre das hier, dann euer Schlafplatz, das wäre eine Möglichkeit als dritte Location für einen Schlafplatz, das ist ein Garten, hier ist man im Prinzip geschützt, das ist privat, das ist von uns, da kannst du dich da hinlegen, und kannst da schlafen, damit nachts nicht irgendwelche Leute kommen, und stecken ihren Pipi in deinen Po, weil davon hat der Thomas nämlich immer Angst, da hat er schlechte Erfahrungen gemacht, beim letzten Geburtstag, Grüße gehen raus, Joa, was ein Vorteil wäre hier, ihr sitzt wie gesagt privat, es sind keine fremden Leute da, es gibt Besitzmöglichkeiten, ihr hättet einen Grill, falls wir sagen, komm, wir wollen vielleicht was grillen, wenn es regnet, könnte man sich hier ins Carport reinsetzen, könnte hier Geburtstag feiern, wie man das halt so macht, anständig als Familie, mit Freunden, die mal jemanden einladen, einfach privat, privat, um dann im Garten zu schlafen, jetzt sagt ihr, wo ist aber das Wasser, wo ist die Abkühlung, wo ist die Feier, wenn das nur der Schlafplatz ist, da gehen wir jetzt hin, und zeigen euch die Möglichkeit noch in der Umgebung, so und das wäre jetzt die restliche Location von der dritten Location, nämlich ganz da hinten drüben vorne irgendwo ist der Garten, wo man schläft, das heißt eigentlich müsste man die Schlafsachen alle da irgendwo bunkern, und die Feiersachen wie Bier und so müsste man alles irgendwie hierher kriegen, man könnte ja mit dem Auto den Weg lang fahren, sich da in die Wiese stellen, bis einer kommt und Anzeige ist raus, oder, ich habe keine Ahnung, genau, Parkplätze, sind das welche, sind das keine, guckt euch mal hier an, dritte Location, alles war schön, dritte Location, sieht richtig düster aus, liegt auch nicht am Wetter heute, sondern hier sieht es immer so aus, dann habt ihr trotzdem hier eine riesengroße Wiese, wo jedes Mal die Leute mit den Hunden kommen, hier drum laufen, und dann hier wieder vor, und dann kommen auch immer die Fischer und fischen hier, denn, hier ist auch das Wasser, weil das ist auch die Werra, wir haben sogar hier schon mal Geburtstag gefeiert, die bring your own Klappstuhl mit ins Wasserparty, deswegen in Weiningen, weil das ja nicht ging, wollen wir die bring your own Schlafsack mit den Waldparty machen, haben aber trotzdem irgendwie mit Bierkästen im Wasser gesessen, das war die Location, da haben wir gesessen, auf den Stein, da unten haben wir gesessen, auf Bierkästen, beim allerersten Geburtstag, mit den NAR Battle Leuten, wo wir uns damals hier getroffen haben, also hier ist Wasser, zum Abkühlen, hier oben, haben wir damals gegrillt, vielleicht kannst du sogar Pizza hierher bestellen, und wenn ihr gerade ausguckt, da hinten, da geht es nach Hildburghausen, und da hinten dieses große weiße Gebäude, das ist ein Kaufland, also ihr könntet auch von hier über die komplette Wiese laufen, zum Kaufland, Einkaufsmöglichkeiten gibt es also mit Kaufland, Grillplatz gibt es, Wasserlocation zum Abkühlen gibt es, und Schlafplatz an sich gibt es halt auch im Garten, aber man könnte auch sagen, wir legen uns einfach hier hin und schlafen, hier kommt ja eh keiner vorbei, aber Thomas fühlt sich im Garten wohl, was es nicht gibt, sind Toiletten, muss ich gleich dazu sagen, wer urinieren möchte, der kann ja einfach hier irgendwo runter schiffen, oder in die Hose schiffen, in die Badehose, das passt, wo man groß macht, weiß ich nicht, Meiningen hat öffentliche Toiletten, ja, meine Mutter hat ein Haus, ich würde aber ungern jetzt 300 Leute einladen und sagen, alle 5 Minuten klingelt einer an der Tür und muss scheißen, weil dann nachts um 3, dann klingelt es an der Tür und die muss extra mal aufstehen, weil einer scheißen muss, und ich möchte aber auch nicht die ganze Zeit Schlüssel rum, dass da die Leute einfach bei ihr ins Haus gehen, und das ist irgendwie komisch, also ich finde Meiningen gut, ich biete es euch aber jetzt auch an, wenn ihr sagt, ihr fühlt euch hier wohl und geborgen am Arsch der Welt, und hier, das kennt ihr vielleicht, da habe ich am Männertag mal übernachtet, und hier habe ich auch mit Flatti und Naturin mal übernachtet, denn hier kann man auch runter, hier war mal was so, hier ist auch Wasser, und hier, ja, das sieht doof aus, das war eigentlich frei, da habe ich damals mit Naturin und Flatti übernachtet, da haben wir hier Feuer gemacht, in einem Reifen, jetzt ist alles verwurrt, alles hier ran gespült worden, dass das hier jetzt auch richtig hässlich aussieht, und ist alles nass und matschig und komisch, aber, ja, weil da hinten ist die Mühle, da ist die Mühle, da war auch noch so ein Brunnen, das ist die Location, also klar könnte man hier rumrennen, und könnte hier Geburtstag feiern, an der Werra mit Wasser, Essen bestellen, grillen, zum Kaufland laufen, sich was holen, ich wiederhole mich, ich sage alles fünfmal, ich weiß es nicht, im Endeffekt ist es mir egal, Hauptsache, es kommen ein paar Leute, wir haben eine gute Zeit, ich bin halt dann ewig weit entfernt, von Meiningen, und von Jonas, und das fiel mir letztes Jahr schon so schwer, die zwei alleine zu lassen, das ganze Wochenende, und da war ich in Meiningen, zwischendurch habe ich kurz geheult, weil ich die vermisst habe, dieses Jahr, wenn du dann in Hessberg bist, heulst du ja noch mehr, weil jetzt hast du noch mehr Zeit verbracht, und bist bis hier, also es sind alles so ein paar Tricks, und Kniffe, aber vielleicht geht das ja auch irgendwie, Schreibzeit rein, wie sagt ihr das, Location, wie beim letzten Mal, Location, wie beim allerersten Mal, wo wir Geburtstag gefeiert haben, das wäre dann also hier, oder die neue Location, da bei Penny, Norma, Zeugs, drei Möglichkeiten gibt es zur Auswahl, schreibt mal unten rein, einen schönen, ausführlichen Kommentar, ob ihr dabei sein möchtet, ob ihr Bock habt, welche Location ihr am besten findet, oder alle drei, oder wie auch immer, Peace out forhaut, euer Ramses, an sich, das ist halt hier ein Dorf, hier gibt es halt an sich nichts zu entdecken, du bist halt hier, den ganzen Tag sitzt du dann hier auf deiner Wiese, und machst nichts, das hat wahrscheinlich das meiste Festival-Feeling, aber keine Ahnung, Peace out forhaut, euer Ramses. So, was ich jetzt vergessen habe zu sagen, was ich bei den anderen Dingern ja auch gemacht habe, ich habe immer die Entfernung angegeben, von Meiningen Bahnhof, zur alten Location, die das die kürzeste war, zur neuen Location, vom Bahnhof aus, was ein bisschen länger ist, und die Ersatzlocation, die der Thomas haben will, von Meiningen Bahnhof aus, nach Hessberg, das wären 41 Minuten mit dem Auto, das wären 59 Minuten mit dem Zug, hä, wie kann das denn länger sein, Hessberg hat keinen Bahnhof, das heißt, ihr müsstet mit dem Zug von Meiningen nach Hildburghausen fahren, von Hildburghausen, mit dem Bus irgendwie nach Hessberg, wenn ihr aber zu Fuß unterwegs seid, weil die anderen Strecken waren ja auch zu Fuß, sind das 8 Stunden und 12 Minuten, und ja, also wer Bock hat und sagt, das dritte, das ist cool, wir steigen einfach Meiningen aus und laufen dann dahin, dann lauft halt 8 Stunden dahin und dann habt ihr das, also klar wäre es natürlich möglich, dass wer mit dem Zug kommt, der eben nicht nach Meiningen fährt, sondern nach Hildburghausen fährt und man mit dem Auto, dann die Leute von Hildburghausen nach Hessberg abholen kann, oder so und so weiter und hin und her, aber ich habe keine Ahnung, jetzt hat Pupsi gesagt, irgendwie eine Strandbar macht auf an der ersten Location am Ufer entlang, das passt ja auch schon wieder nicht, aber egal, unabhängig von allem, ob Züge fahren oder Autos fahren oder Flugzeuge fliegen oder UFOs, und egal, Strandbar oder nicht, oder hin und her, was von der reinen Location an sich gefällt euch am besten, egal ob ihr kommt zum Geburtstag oder nicht, könnt ihr trotzdem mal sagen, wo ihr gern eure Füße ins Wasser halten würdet, eins, zwei oder drei und wer Bock hat zu kommen, wirklich schreibt es in die Kommentare oder schreibt mich privat an, packt mal uns in eine Gruppe und organisiert uns. Peace out Vorhaut, euer Ramses. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.